Ja Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video zu der Feuer- und Notfall-Simulation Wegberg. Wir befinden uns hier aktuell schon im Alarmierungsmenü, denn die Meldung vom Anrufer kam schon direkt rein hier. Und ja, ich lese euch die Meldung jetzt mal vor und dann wisst ihr auch direkt Bescheid, worum es jetzt hier genau geht. Und zwar, Tag, mein Name ist Philippe Gebert und ich wohne in Rekerath, Dahlener Straße 141. Hier brennt es im vorderen Bereich auf dem Gelände der B&S Spedition GmbH. Das müsste das Außenlager sein. Dort sind verschiedene Mülltonnen und Paletten gelagert. Schicken Sie mir Hilfe. Gut, also wir fassen nochmal zusammen. Auf dem Gelände der B&S Spedition GmbH brennen mehrere Mülltonnen und Paletten. Ja, das Ganze in Rekerath wahrscheinlich. Gut, wissen wir Bescheid. Wir werden direkt alarmieren und lösen erstmal Feuer 1 aus. Zur Erkundung wird die Löschgruppe 52... Wird die Löschgruppe 52 alarmiert und wir werden vorsorglich nochmal Zugalarm... Wir werden dann hier nochmal Zugalarm für die Löschzug 1 auslösen. Ja, ich würde sagen, Alarmierung geht raus und dann schauen wir mal, was uns da so erwartet. Light-Chain 1, Wechselrehen-Alarm. So, Sirenen-Alarm jetzt für den Löschzug 5 bzw. für die Löschgruppe 52 mit dem MLF, glaube ich jetzt, genau. So, Einsatzlöschzug 1, Sirene-Feuer 1, Wegberg-Rickelrad, Deiner Straße 141, B&S Spedition GmbH brennt Außenlager. Gut, mir wurde jetzt, da ich Feuer 1 ausgewählt habe, nur das MLF empfohlen. Ich habe direkt hier die Wegbergerwehr direkt komplett alarmiert. Weil wenn das Außenlager da jetzt wirklich brennt, dann brennt es da wirklich. Gerade Paletten, die brennen dann auch ziemlich dolle und entzünden sich dann ziemlich schnell. So, ja, ein Kollege, übrigens der hier im Bett liegt, den kannst du jetzt hier zum Aufstehen zwingen. Wundert mich ehrlich gesagt, dass der hier nicht von selber aufsteht. So, und der läuft jetzt halt hier hin und... ...macht jetzt hier die Tore auf. Rettung, Heinsberg, NEF 1, aus dem Stadtgebiet, ein Spreiderbohrmelder. Nein, Schermik, Heinsberg, verstanden. Was gibt's? Bin unterwegs. Fahrzeug 6, hört. So, wir fahren den ELW1 raus, damit der ELW2 gleich rausfahren kann. Fahrzeug 6, hört. Sehr schön. Je nachdem, wie viel Personal wir kriegen, werden wir den Rüstwagen auch nochmal vorfahren, damit wir eventuell das HLF noch rausfahren können. Ja, ihr könnt die Ansatzbinde verhalten und ohne Sonderrechte anfahren, habt ihr sie vor, oder ob sie nicht benötigt, nach Verhalten anfahren. Ja, verstanden. Fahrzeug 9, hört. So, jetzt kümmern wir uns hier um die allgemeinen Fahrzeuge, die wir hier brauchen jetzt gleich. Ähm, da haben wir ja mal die Drehleiter. Auf dem Weg. Fahrzeug 8, hört. So, Drehleiter ist jetzt voll besetzt, kann direkt rausfahren. Höre, bin unterwegs. So, jetzt müssen wir gucken, wie viele Leute wir hier in so einem Unterkirchen, da kommen ja noch einige hier zum Gerätehaus. Das wäre eventuell auf jeden Fall den ELW und das LF noch mit mir. Fahrzeug 6, 4, 5, 6, 7, 8, So, Beleuchtung ist auch an, sehr schön. Türen zu. Dach zu. Und dann Blaulicht an und raus geht's. Ich glaube, das ELW sollte eigentlich relativ schnell da sein, deswegen gucken wir mal. Was geht's, bin unterwegs. So, wir haben jetzt noch drei Leute. Gerätewagen-Logistik könnten wir theoretisch noch losschicken mit den drei Leuten, aber ob wir den da jetzt genau brauchen, wir wissen ja nicht genau, was uns da erwartet. Verstanden, wir wechseln die Karte, gucken, was uns da erstmal erwartet. Gut, das ELW braucht jetzt natürlich eine Weile, bis es da ist. Dafür haben wir erstmal das MLF vor Ort, dass wir eventuell erstmal über das MLF die Drehleiter speisen können. Ich weiß gar nicht, ob das MLF, naja, das hat jetzt auch nicht so wie Power, ne? Weil normalerweise müssten wir ja eigentlich mit dem ELW und mit dem ELW die DLK erstmal speisen, meiner Meinung nach. Deswegen wollte ich ja auch eigentlich immer die Drehleiter und das ELW zusammen rausfahren lassen, damit wir dann nicht erst noch auf das ELW warten müssen. Aber gut, jetzt ist nicht so schlimm. Wir müssen erstmal gucken, ob da überhaupt was los ist. Ja. Wir sollen nur einen Fehlerlarm, aber muss natürlich immer vom Ernstfall ausgehen. Diesbezüglich bin ich da erstmal ein bisschen ruhig mit meiner Vermutung. Beziehungsweise mit meinen Spekulationen. Es ging auf jeden Fall immer viel schneller, dass ich zur Karte gespawnt bin. Mittlerweile dauert das extrem lange. Ich kann mich noch daran erinnern, die Version 7 kam relativ früh raus. Also da hatte ich schon die erste Version. Und da ratzefatzel, Leute. Zehn Sekunden war ich auf anderen Karten. Mittlerweile dauert das ziemlich lange. Woran das genau liegt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht an den neuen Einsatzkarten oder so. Gut, hier brennt jetzt wirklich mehr. Leitschel, Karl-Heinzberg, verstanden. Zurück weit vor, ich stehe, C1-1 von Leitschel, Heinzberg. Abschließende Lagemeldung. Tür gewaltsam geöffnet. Personen an den Rettungsdienst übergeben. Wir sind frei. 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 Fahrzeug 20. So, erstmal eine Statusmeldung rausgeben. Leitschel, Karl-Heinzberg, verstanden. Hört. So, die BMA hat jetzt auch rausgelöst. Wir müssen erstmal eine Statusmeldung abgeben. Fahrzeug 20, hört. Regenberg 52, Tremel von Leitschel. Oha, jetzt brennt die ganze Hütte da hinten. Erste Lagemeldung Feuer. Weite Kräfte bedingt Licht. Oha. Explosion. Brenn, Böschung, BMA, Rauchentwicklung. Erste Lage, BMA hat ausgelöst. Rauchentwicklung sichtbar. Trupp zur Erkundung ins Gebäude. Weitere Rückenmeldung vollkommen. Ja, verstanden. Wir alarmieren nochmal Zugalarm. Läschgruppe 31. Ein RTW. So, ähm... Wir halten uns erstmal ein bisschen zurück. Ich würde sagen, damit hier die Scheune nicht anfängt zu brennen, werden wir hier erstmal eine Riegelstellung machen. Auf dem Weg. Fahrzeug 20, hört. Ja. Das wäre natürlich scheiße, wenn ihr jetzt hier auch noch anfängt, der ganze Schuppen hier zu brennen, die ganze Scheune. Hört euch mal die Sirene im Hintergrund an. Drehleiter sollte gleich vor Ort sein. Die stellen wir erstmal hier hin, würde ich sagen. Ähm, wir müssen so schnell wie möglich erstmal hier anfangen. Da kommt schon ein Fahrzeug, sehr gut. Ja. Auf dem Weg. Wird gemacht. Aber ich glaube, das ist der RTW, den ich alarmiert hatte. Ja, auf dem Weg. Ja. Aber wo haben wir denn hier noch die Dranken? Können wir erstmal die BMA hier ausstellen? Die ist schon... Ne, können wir nicht. Scheiße. Müssen wir auf eine ELB warten. Fahrzeug 13, hört. Auf dem Weg. Fahrzeug 29, hört. So, da haben wir endlich mal einen richtigen Einsatz hier für die Drehleiter. Was gibt's? Maschinist, einmal die Drehleiter schon mal ausfahren. Das Problem ist, wir haben auf dem MLF gleich kein Wasser mehr. Ich höre. MLF meldet tankleer. Wo haben wir hier einen Hydranten? Was gibt's? Unterflögehydrant hier irgendwo haben wir nicht, ne? Alter, hier ist ein Betriebsgelände. Hier muss doch irgendwo ein Hydrant sein. Fahrzeug 28, hört. Fahrzeug 46, hört. Fahrzeug 46, hört. Wir bleiben erstmal hier ein bisschen in Sicherheit. Stellen die Fahrzeuge ein bisschen außerhalb, da wir nicht wissen, ob sich da drin noch Gasflaschen oder so befinden. Fahrzeug 28, hört. Was gibt's? Wo ist der Gruppenführer? Der muss hier mal die BMA ausstellen. Ja. Wird erledigt. Ja. Fahrzeug 14, hört. Danke. Danke. Für endlich mal Ruhe hier. So, Pumpe starten. Dann einmal Verteiler möchte ich gerne hier haben. Alter, er läuft hier ganz entspannt, ey. Die ganze Bude brennt hier und er läuft hier ganz entspannt lang. So, jetzt wird auch mal Wasserversorgung hergestellt. Ich bin gespannt, wo er die herholt. So, jetzt werden wir die Drehleiter noch schnell speisen. Wo hat er jetzt einen Unterfühl, ich hab ihn noch gehört. Alles klar, da an der Straße. Ja. Los gemacht. Fahrzeug 132, hört. Fahrzeug 132, hört. Die Drehleiter nach Feinsberg, verstanden. Ich bin gespannt, wie er es nicht geht. Die Drehleiter nach Feinsberg, verstanden. Fahrzeug 132, hört. Fahrzeug 133, hört. Da kommt schon, holen wir mal einen Tragekorb hier. Das MLF braucht hier hinten auch noch Wasser. LF 10 meldet Tank leer, Wasser kommt, Wasser kommt, Leute. Jede Sekunde sollte Wasser da sein. Wegberg 31, LF 20, wir sind aus, 1 zu 5. Fahrzeug 31, hört. Bin unterwegs. Verstanden. Fahrzeug 49, hört. Das MLF braucht auf jeden Fall noch Wasser. Da brauchen wir jetzt erstmal ne... Ja, verstanden. Hier haben wir 7 Leute drin, das passt, das passt. Höre! 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 Auf die Beste! Mach den Seufels, höre! Mach den Seufels, höre! Mach den Seufels, höre! Ja! Dann werden wir nämlich, ähm, alle Fahrzeuge untereinander speisen. Dann dürften wir das eigentlich, dann hat jedes Wasser ne Wasserversorgung beziehungsweise aufgebaut. Dann koppeln wir den jetzt hier an den Unterflügel dran, machen das hier an das Fahrzeug und wir werden es dann weiterleiten zum MLF. Ja! Fahrzeug 19, hört. Man legt gleich 31, FTF. Höre! Ich bin unterwegs, Fahrzeug 19, hört. So, ja! Leibstück, kommen! Los, ihr kriegt, ihr, ihr kriegt Wasser, ihr kriegt Wasser. Okay. Ich habe schon nichts, das war's, das habe ich verstanden. Ja? Ja? Geht da nicht hin, naja, irgendwie hat das mal geklappt, dass er mit der Drehleiter richtig weit rausfahren konnte. Höre! Wird gemacht! Ja, aber gibt einen say haben wir outside, wir sind aus 0,200 h Islands um 2. Eyelächter, wir sind auf 0,2002. Wir sind bei der Aufwand Kit. Wasiquement okay, verstanden. Fahrzeug 31, höher. Und jetzt Wasser. Okay. 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 Jetzt ist hier natürlich ein typischer Gewerbegebiet dran, wie ich finde. Kann doch nicht sein, irgendwie ging das doch, dass die Drehleiter richtig schnell ausgefahren in dein Konto, beziehungsweise richtig weit. Okay. 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 Korteang! Kontrolle, die Scheune hinten fängt an zu brennen. Fahrzeug 38 höher. Ach du Scheiße, da hinten brennt jetzt die ganze Butze. Die ganze Butze brennt da hinten jetzt ab. Ja, die ganze Butze brennt. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein PA, der uns da mit der Axt die Bude da einhaut, damit wir da reinkommen. Die Pulle von denen ist leer, ne? Können wir den nicht irgendwie wieder auffinden oder so? Geht das nicht? Schon unterwegs. Wir müssen mal die Bude da einhauen, damit wir da reinkommen. Wir werden jetzt einen Druck da mal reinschicken, die sich das Ganze da von innen angucken. Die sind drin. Rein. Ich sehe jetzt hier noch keine Person im Gebäude. Alles noch im Innenangriff, hier ein wenig über sich liegt. Das ist jetzt auch noch keine verletzte Person. Alles hier noch im halbwegs normalen Bereich. Danke. Elw1 von Leitschiller-Handsberg. Auf den Laie, Pkw dran. Turm unter PA mit Scheinwäldriff zur Brandbekenntnis vor. Leiterrücken. Leitschiller-Handsberg, verstanden. Irgendwie konnte ich die Drehleiter richtig weit ausfahren. Okay. Kürze. 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 Ach, was für ein Einsatz hier, Mann. Junge, Junge, Junge. LF-20, Melde Tank leer, stimmt. Sop Welle. LF-20. Meldet Tank leer. gut gemacht ok ok ja 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 Jetzt machen wir hier schon mal ein bisschen Licht an. Das gefällt mir nicht mit dem Fahrzeug. Das ist viel zu hell. Deswegen machen wir hier mal den Lichtmast an. Maschinen ist. Falsche Richtung. Das Fahrzeug wird jetzt hier komplett ausgelastet. So, jetzt haben wir hier richtig volle Polarbeleuchtung. Schon eine LED-Beleuchtung jetzt hier am Start. Ja, schon unterwegs. Klar, schon unterwegs. Auf fliegen. Auf fliegen. Höre. Fahrzeug nachgeteilt. Ja. Achtung hinunterliegen. Jetzt hat das Fahrzeug auch wieder Wasser. Aber Feuer an sich jetzt aus. Guckt euch mal bitte dieses Aufgebot an. Das ist doch so ein geiler Einsatz. Wie viele Fahrzeuge. Ich hätte mehr alarmieren können. Wir können ja mal gucken. Wir hätten auf jeden Fall noch einiges hier antatzen lassen können. Alarmierung bis ich Stopp sage. Aber mit den Fahrzeugen hat es gereicht, Leute. Ich meine, ob die jetzt gekommen wären, die Restlichen, oder nicht. Die hätten ja eh erst mal alles aufbauen müssen. Das hätte alles gedauert. Also, ich bin auf jeden Fall nicht gehört. Gut. Gut. Wegberg, ELW, von der Landstelle kommen. Ja, ich bin in Arbeit. Abschließende Lagemeldung, Brandeinsatz, Feuer aus, Einwandersteller in Eigenschaften übergeben, alle eingesetzten Kräfte rücken ein. So, jetzt bauen wir hier nochmal alles ab. Was gibt's? Wir, aus. Was gibt's? Verletzte Person hatten wir jetzt hier nicht, ne? Ich meine, es ist 22 Uhr, ich glaub nicht, dass da noch jemand arbeitet. Schon unterwegs. Höre. Ja. Feuer aus, Jungs, ihr könnt gleich ablehnen. Ja. Einen guten Job gemacht. Ja, das Risiko, beziehungsweise, das, äh, Stimme daran war ja, dass hier, das, äh, Feuer auf die Scheune hätte übergreifen können. Ja, ja, der hat uns ja dann noch unter Kontrolle bekommen. Das hätte wesentlich Stimme ausgehen können. Rettung Lagemeld, NLF2, hört. Ja. Verständigen, Abdrück 20, hört. Ja, RTW V8, Nachforderung der Not als Verschwerfttherapie, Kommen. Ja, Mann, 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 jetzt müssen wir hier alles wieder auseinanderbauen. Jawohl. Nach dem Großeinsatz hier, im Gewerbegebiet. Was gibt's? Bestätigen. Ja. Fahrzeug 20, hört. 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 Garte laufen ja alle auf volle Pulle, weil ihr hier halt überall Feuer hattet. Gibt da nichts schöneres, als wie hier die volle Leistung zu hören. Guck dir mal den Lichtmast an. Richtig schöne LED-Beleuchtung vom neuen Fahrzeug. Stetige. Oh, das war der Falsche. Wir hätten sagen wir das andere Fahrzeugpacken gehen. Aber die haben ja noch zwei Kollegen her. Boah. Wird ausgekühlt. Böder. 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 ausstellen. Das MLF war ja sowieso, glaube ich, mit vier Leuten besetzt. Aus. Kann die BMA jetzt auch wieder zurückgestellt werden? Ja. Auf die B. Höre. Auf die B. Auf die B. Höre. 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 Der Kollege kann sich wieder in den Markt anziehen. Fahrzeug 29. Höre. Junge, Junge, Junge. Was für ein Einsatz hier. Was für den unterwegs. Was für den unterwegs. Fahrzeug nachziehen. Höre. Weiß nicht. Höre. Was für den. Höre. Ja, wird umgehend durchgebucht. Fahrzeug 20. Höre. Höre. So Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video, weil das Abbau wird ja noch eine Weile dauern Das sieht schon geil aus, ne? Das sieht extrem geil aus, jeder Einsatz Und, ähm, ja Deswegen, ich wollte euch jetzt hier auch nicht so lange aufhalten Weil, ja, Einsatz war einfach mega geil Und wenn euch das Video auch gefallen hat gerne einen Like da lassen Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt gerne in die Kommentare schreiben Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder Und, ähm, ja Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute Und, ja Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video Ich bin raus, Leute, macht's gut, haut rein Euer Kev